Ich heiße Reinhard Höfemeier und vom Beruf bin ich Wagenbauer. Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, Wagenbau, dann muss ich immer erst erläutern, dass Wagen mit zwei A geschrieben wird. Dann werde ich gefragt, wo wird denn überall gewogen und ich frage, wo wird nicht gewogen. Das beginnt in der Küche, wenn wir einen Kuchen beanken und die Rezeptur zusammenstellen. Das geht weiter über Nahrungsmittel wie Salamis oder Bratwürstchen, die zusammengestellt werden und endet bei der milligrammgenauen Verwiegung von Medikamenten. Seit dem Jahr 2000 sind wir am Standort in Georgsmarienhütte. Die elektronische Welgetechnik hat uns vor neue Aufgaben gestellt, die Integration in Prozesse, das Weiterverarbeiten von Daten, alles das hat sich massiv verändert. Ich freue mich auch jetzt schon, dass auch die nächste Generation am Start ist und das interessante Gebiet der Welgetechnik weiterführen will. Mit meinem Sohn Felix habe ich den richtigen Nachfolger gefunden. Viel hat sich in den Jahren verändert. Eins ist geblieben, die Liebe zur Waage. Intakte Kundenbeziehungen sind unser höchstes Ziel. Aus diesem Grunde messen wir nicht einmal die Kundenzufriedenheit, einmal im Jahr oder alle drei Jahre, sondern wir machen es direkt nach Auftrag und somit können die gewonnenen Erkenntnisse direkt und zeitnah in unsere Prozesse einfließen. Und das wird hier nicht nur umgesetzt, sondern auch intensiv von allen Mitarbeitern gelebt. Unser Produktportfolio umfasst Wagen von Milligramm bis Tonnen. Wir liefern sowohl die Bodenwaage im Wareneingang, die Tischwaage in der Rezeptur, in der Produktion, als auch im Warenausgang die dynamische Kontrollwaage. Unser strategisches Ziel ist, eine komplette Fabrik mit Wergetechnik auszustatten. Wir möchten also unsere Kunden uns als Wagenspezialisten wahrnehmen. Spezialistentum bedeutet für uns hohe Kundenorientierung und Einhaltung der Lieferversprechen. Das wird bei uns gemessen und umgesetzt und dafür stehen wir. Eine Waage oder eine Wergetechnische Anlage besteht aus drei wichtigen Komponenten. Mechanischen Komponenten, elektrischen und Informatikkomponenten. Wir haben für alle drei Bereiche sowohl die entsprechenden Maschinenbauer, die entsprechenden Elektroingenieure, als auch die Informatik- und Softwareprogrammierer. Ein hochwertiges Produkt erfordert die Zusammenarbeit aller drei Spezialisten. Das machen wir. Das machen wir. Vielen Dank.